Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu First Try Monday. Am Dienstag haben wir heute. Das ist die erste Runde des Tages für mich heute. Und ja, wir spielen auf der Map Gothic. Ich bin nach wie vor krank, aber man hört es mir hoffentlich nicht mehr an. Ich fühle mich auch nicht mehr schlecht oder sowas, ich huste nur noch mehr extrem. Dazu habe ich heute meine erste Impfung erhalten, äh, meine zweite Impfung erhalten. Äh, bis jetzt geht es mir noch super, aber mein Arm tut weh, als hätten da 10, ähm, 10 Menschen, äh, drauf eingeboxt, auf jeden Fall. Tut auf jeden Fall weh, macht nicht so viel Spaß, aber was soll's. Ähm, ja genau, ich hoffe euch geht es auch echt Baba. Ich verstehe nicht, warum ich mir gerade eben hier einen Helm gecraftet habe. Und ja, craften kann ich gerade nicht so, aber wen juckt's. Ähm, ist ja auch die erste Runde, nicht wahr? Ja, so, wir machen mal hier die ganzen Eingänge zu. Und dann schauen wir mal, ob wir, weiß halt nicht, ob ich den jetzt ernst nehmen soll. Na, Junge, der läuft mich hier um, Junge. Hm, weiß ich nicht. Da schau ich jetzt mal gleich, was wir hier machen. Hm, der lagt halt. Ich kann halt legit, ja, das hat halt mit Glück zu tun, so. Ah, okay, perfekt. Ja, guckt euch mal an, wie der lagt. Kein Wunder, dass der mir gerade eben so gedrückt hat. Ja, GG an den Bray. Dann haben wir hier oben gleich nochmal jemanden. Komm, wenn er jetzt hier runter springt, er wäre der größte G. Komm, springst du hier runter? Wo steht denn der jetzt überhaupt? Ja, komm, hier. Ja, Cleaner Free Hit. Chillig, nehmen wir mit. Bessere Schule nehmen wir mit. Enchantetes Schwert nehmen wir mit. Und, ja, genau. In der Schule war ich heute noch immer nicht. Also, ich meine, ich bin auch krank und fußheitbehindert. Dementsprechend hat es überhaupt keinen Sinn, da gehen wir in die Schule zu gehen. Und heute war Wandertag. Und Junge, die wollten in die städtische Galerie gehen oder sowas, weil, keine Ahnung, weil sie keinen ordentlichen Ausflug gefunden haben. Ja, und das, da muss ich nicht hingehen, wenn ich auch noch krank bin. Ich meine, ich wollte den Orbit chatten. Ja. GG. Ja, das war, ja, chillig. Machen wir uns noch, weil wir coole Gamer sind, auf Nutzlosen Sharp 2. Und dann töten wir auch gleich den letzten. Ja, genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich durch die Impfung Fieber bekomme oder so, weil dann muss ich weiterhin zu Hause bleiben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so enjoyen würde. Also, enjoyen würde ich es wahrscheinlich auf jeden Fall, aber ob es jetzt so gut für meine schulische Leistung wäre, weiß ich jetzt nicht. Aber, ja, keine Ahnung. Und auch schreiben wir eh keine, keine großen Klausuren, deswegen ist es halbwegs chillig. Der Typ da oben, der muss halt, auf ernst hier, komm mal da einfach runter. Ach, komm, Mann. Komm doch einfach. Dann machen wir das halt so, Bro. So, guck mal. Guck mal. Was machst du? Was ist dein Plan jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Was macht der? Was macht der? In die Mitte gehen wir nicht. Komm, geh doch in die Höhle. Oder wir jetzt... Oder auch nicht. Ja, gut. Tja, ne. Das war eine chillige Runde. Schöne viel Kills. Halbe Lobby getötet. War gut. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch Spaß gemacht hat oder so, oder keinen Plan, ihr den Content enjoyt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. folgt mir auf Twitter, abonniert diesen Channel und folgt mir auf Twitch und schreibt einen Kommentar. Kommentare sind immer cool und ich habe keine Lust auf eine weitere Runde. Und ja, haut rein. Ich wünsche euch was. Peace.